wo ist es und herzlich willkommen immer es gibt immer einen der gruppe der immer übertreiben jetzt ist jetzt nachdem es ist jetzt nach silvester corona vorbei ist das jetzt so neues jahr oder wie ich immer so getan oder wie ich immer ja oder wie ich dazu sage round 2 und das zeit war ein richtiges stichert let's fight let's fight resistent resistent und japaner sagen würden wir haben wir schon mal besiegt das schaffen wir noch mal zum zeitpunkt der aufnahme ist es noch 2020 wir sind also aus der vergangenheit sprechen wir zu euch als info hier geht wieder shit ab in der vergangenheit man muss schutz und ab morgen ist es alles vorbei lustig wäre es lustig wäre es wenn 2025 irgendwer sich das so anguckt ihr loser ihr hatte das auch schon ich habe auch noch nicht was gesehen 2020 die nullen wurden dargestellt als masken 2021 es gibt eine maske und eine spritze und 2022 das set von world war sie es wird zu kommen es wird zu kommen ja meine 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 alle ist schon mal sehr motiviert nikolai du b b ja ich dachte sie sagen warum nicht ja ja weil gestern auch schon unser liga rennen wahrscheinlich hier zu bald von youtube gestrichen wird grüßte hinaus grüßte wir ihn raus an das essen ich bin jetzt schon völlig überfordert obwohl ich nichts gemacht habe ja ja aber die sind ja schon wo ich in echt halt nicht gegen den hund kämpfen darf dann tue ich dass sie im spiel gegen dein hund darf ich dann theoretisch dürftest du dass du trotzdem ein corona du traust dich nicht genau corona mein hund ist ganz lieb ich möchte immer noch das street fight und das wird irgendwann ans let's fight voll bekommen hä ist doch voll schön ne und random typ auf youtube zuzugucken wie er mit einem hund sich prügelt und verliert weil er den hund niemals schlagen könnte oh noch einer nee er tut nur so als ob er einer ist das ist keiner ich heile mich nein also falls ihr euch irgendwie was erhofft hier bei meinem screen irgendwie was zu sehen ne schaltet wieder weg was relevant ist fürs spiel ich bin eher so der der passive zuschauer ich bin eigentlich im zuschauer modus kann man eigentlich so sagen in dem spiel ja ich kenne die map hier aber echt noch gar nicht das ist eine neue soll wohin ruhe nein das ist eine alte die kommt mir so neu vor kann aber auch sein kann dass wir das spiel schütten schlüsseln richtig ach so ja natürlich wusste ich bist so lost vor mir gelaufen ich hab dich gesehen man muss dazu sagen ich glaube man merkt es auch dezent ich habe nicht so viel mit resident evil zu tun dafür brauchst du nicht viel resident evil ahnung haben ich sag nur mal einen süßen wurde ich sag nur am anfang was ist dieses grüne kraut grüne kraut ist schön zum heilen gelbes kraut ist dass du stärker wirst blaues kreuz ist gegen virus kreuz also vielmehr gegen heute nicht gebraucht geiler fußballer woher war der war schlägt immer gut im fußball jetzt 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 sieben dr wir können uns neu aussuchen ausstattet warum können wir es können nur wir du nicht okay was ist eigentlich seine super fähigkeit hier von dem den ich spiele keine ahnung du kannst boxen hab ich noch nie gespielt ne ich meine irgendwas wird mir hier angezeigt mit schreien oder so ach so ja dann werden alle gegner der umgebung betäubt Kundis ja Waffe ist nicht so dein ding ne ne warte ich muss nochmal ah jetzt ja er kam auch überraschend ich dachte die war so als gar nicht ja und gut hat ja trotzdem geholfen so dass du sagen wir mal so dass es geholfen hat hey es waren 350 punkte die ich hinab gezogen habe krass oh nemesis na achso denn ja da hinten achso kevin der daten rocket launcher nur so zu info oh ne da hinten ist er ja wo denn ich sehe nicht da hinten was ist die erste version sogar noch sehr cool ich bin dafür wir opfern wir opfern den mitspielern sowieso jetzt erst mal sowieso die sicherheitskarte finden mhm aua ba da ba 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 ich hasse es hab den zombie gefunden der die sicherheitskarte hat auch sowieso sehr gut sehr gut nice oh hier kommt er wieder aber das ist nur du nice hier bin ich auch okay ja du gibst noch einen extra raum wo man sich nochmal neue sachen holen kann ja ich komme mit mach ich zumindest so ich brauche eine neue sache ich komme mal mit ich bin ich bin cool wo ich nochmal gesagt habe an der sache an der stelle ja ja wie trocken ja ja ich bin die sache kopfschuss gar nicht wahr ich lebe nur ich hab dir einfach mal so einen kopf geballert ich könnte jetzt die 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 besondere karte ausspielen sie die die hautfarbe reicht wurde ich an den anfang gespawren ja die ausgänge sind übrigens auch wir können zu den ausgängen ach ja ja wir sind doch schon wir sind doch schon da sind wir dabei der ist prima bleib doch hinter bleib doch hinten bleib doch hinten bleib doch 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 hat hier sind sie auch so gibt es zu langweilen und ab dem Ausgang ich habe auch keine Pistole doch das natürlich das ist doch keine Pistole hier oder wo ist das ach so der hier Maschinenpistole ah ok von der Seite sah es aus wie eine Pistole ja Maschinenpistole ok noch sind wir gut in der Zeit nein überhaupt nicht das ist ganz schlecht ganz ganz schnell ganz schlecht ich gerne wie sehr miese müssen jetzt die Kerne zerstören auch brauche ich nicht die Holzleadde oh ja die Holzleadde bräuchst du nicht die Holzleadde warum bräuchst du die nicht weil Holzplatte absolut nicht effektiv ist hu 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 Bobo Wow toter Vauvau oh hi Nemesis was geht na äh ja ich habe hier warte bisschen oh shit der kommt hier okay hat kein interesse ist in ordnung also er kann rennen ja ich merke das dort wollte ich noch nicht zu mir was ist mit dir verkehrt ich wusste nicht dass du hier bist ja und ich sterbe jetzt da durch okay ich fast auch er geht wir können wir heilen dieser nemesis der kommt aus dem dritten teil ist eine geheime bio waffe von umbrella wieso geht er weil das ist einer der hoch entwickelt entwickelten bio kämpfer die laufen können waffen benutzen könnten als einer der schlauen sorten von dem t-virus so im ersten mal zerstört deswegen und deswegen kann halt ja ja jetzt ich dachte ich komme nicht mehr raus meine güte wenn ich zu blöd bin zu stechen okay dass die kamera noch für die kamera ja ich kann doch nicht auf ballern hatten schutz ich kann da nicht leider drauf wollen ich habe keine munition okay jetzt so zerstört ach komm drücken was keine munition was macht ihr hier für ninja moves wer ja man so ist dann noch mal hier ja gleich eine kiste rufen da kannst du dir sachen gleich kaufen ich mache mal die tüte ja müssen sicherheit gut kevin ist gefangen mit ihm ja wir opfern ihn alles gut einfach nur laufen ja ich probiere es gerade aber ich schiebe fall ja ich bin dort ein daran verbindung zu hause wurde gewonnen ja wir haben schon zwei kerne und damit wollen wir kurz vorm ende aber hätten wir noch ein kern zerstören müssen der hände bis zum ende da bleiben müssen nö aber er wird ja sowieso beschreibt weil er das spiel aufgegeben deswegen hat er wird er sowieso erstmal für ein paar minuten gesperrt jay jay okay äh ja dann danke fürs zusehen nein dreieck team ergebnis dreieck team warte jetzt mal bestätigen stufe 2 so dreieck team ergebnis ansehen ja wieso wolltet ihr jetzt das team ergebnis hin weil man das immer anguckt achso richtig wenn sie gucken wie wir überhaupt geschnitten haben naja geht so und let's fight tradition der beste ist taumelwirbel vielen dank fürs zusehen wir sehen uns wir sehen uns im neuen jahr ja also in alter frische danke ja weiter danke für euren support für dieses jahr genau hoffen wir hoffen wir dass es im neuen jahr genauso weiter geht wenn nicht sogar stärker bis dann tschüss